Herzlichen Glückwunsch, liebes Bundesinstitut für Sportwissenschaft zum 50-jährigsten Geburtstag. Mein Name ist Oliver Stoll, ich bin Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie in Deutschland und die ASP gratuliert mit all seinen Mitgliedern und natürlich im Namen des Präsidiums für diese langjährige, gut funktionierende Zusammenarbeit. Und wir existieren ungefähr genauso lang, also die ASP existiert ungefähr genauso lang wie das Bundesinstitut für Sportwissenschaft, insbesondere auch im Bereich der Sportpsychologie. Deswegen ist das Vizepräsident ein besonderer Partner für uns. Nicht nur im Bereich Forschungsförderung, sondern eben auch im Bereich der Serviceprojekte. Die Stellen, die langjährige Stelle von Erwin Hahn, die dann später Gabi Neumann übernommen hat, hat dazu beigetragen, dass diese Kooperation sehr fruchtbar gelaufen ist. Ja, was sollen wir sagen? Wir wünschen alles Gute, eine weiterhin gute Zusammenarbeit und eine weiterhin tolle Entwicklung. Lassen Sie uns gemeinsam die nächsten 50 Jahre angehen.